Hallo Freunde des Wintersports! Wir haben uns gedacht, wir machen heute ein kleines Video über Handstrukturen. Da ich davon im Netz noch nichts gefunden habe, also auf YouTube gibt es kaum Videos, die das irgendwo so ein bisschen erklären, warum, wofür, weshalb. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir von SRB als Hersteller zeigen euch mal, wie man unsere Geräte anwendet, was sie tun und was sie machen. Wofür brauchen wir eigentlich Handstrukturen? Also logischerweise, wie das Wachs auch, wollen wir die Reibung zwischen Ski und Schnee verringern, wollen dann schneller das Material haben und aus dem Grund kann man Rillen in den Belag drücken, was man mit unseren Handstrukturen macht und dann wird der Ski schneller bestenfalls. Also der Unterschied zwischen einem Skischliff und einer Handstruktur ist nebst der Dimension der Größe auch die Reproduzierbarkeit und dass man die Handstruktur wieder rausbringt, weil man das Material vom Ski-Belag verformt und beim Schliff wird das Material entnommen und kann nicht wieder reversibel hergestellt werden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum soll ich meinen Ski noch strukturieren, wenn ich doch schon einen Schliff drauf habe. Aber der Unterschied zwischen einer Handstruktur und einem Schliff ist quasi, so nenne ich es immer, der Schliff ist die Mikrostruktur und die Handstruktur ist die Makrostruktur und bei der Geschichte ist es so, dass der Schliff das Material entnommen wurde aus dem Belag und bei der Handstruktur verformen wir es und wenn man mit dem Bügeleisen später drüber geht, kann man die alte Form wieder herstellen, sprich die Handstruktur rausnehmen aus dem Belag. So, um jetzt ein bisschen zu erklären, welche Handstrukturen für welche Bedingungen, möchte ich erstmal auf die Parameter eingehen. Jede Handstruktur hat verschiedene Schnittwinkel, hat verschiedene Abstandsgrößen zwischen den Schnitten und ein ganz entscheidender Faktor ist eben auch das Verhältnis zwischen der Tragfläche und den Schnitten. Das heißt, die Tragfläche ist im Prinzip der ganze Ski von der Breite über die Länge und wieviel Schnitte setze ich pro Ski ein und das ist dann auch ganz entscheidend bezüglich der Korngröße und bezüglich eines Wasserabtrags, wofür die Handstruktur dann dienen soll. So, und anhand unserer Strukturen von SRB möchte ich euch gerne mal die verschiedenen Parameter demonstrieren. Wir haben jetzt zum einen eine lineare Handstruktur, das ist im Prinzip die Grundstruktur, die man dann eben in diversen Schnittwinkeln und diversen Abständen herstellen kann. Bei uns wäre das jetzt die normale, die LM. Wir haben dann aber auch mit einem 60 Grad Schnittwinkel die 602 oder in einem stumpfen Winkel eine LEG zum Beispiel. Als nächstes haben wir die Unterbrüche in einer linearen Unterbrüche sind einfach Abstände zwischen den Schnitten. Diese können, wie hier zu sehen, in einer V-Richtung oder in einem V-Schnitt passieren oder auch diagonal über die Abrollung funktionieren. Dann haben wir Schrauben. Das wäre jetzt eine ganz normale Schraubstruktur. Diese wirkt da, dass die Schnitte quasi von der linken Seite des Skis auf die rechte Seite laufen. Parallel dazu haben wir das Gegenstück, wo der Schnitt von der rechten Seite auf die linke läuft. Wenn man das beides in das Strukturgerät einfügt, ergeben sich dann Kreuzstrukturen. Ich demonstriere es mal kurz. Jetzt haben wir hier eine schöne Kreuzstruktur auf dem Ski, die dann eben für spezielle Bedingungen, ich sage jetzt mal, was hat man hier drin, eine 301er für feinden Neuschnee zum Beispiel wunderbar funktionieren würde. Als nächstes haben wir dann Schrauben, die rechts links drehend sind. Das heißt, eine Seite schraubt sich nach rechts, eine Seite schraubt sich nach links und es ergibt so Kreuzstrukturen. Unterschiedlich aber zu der V-Struktur hier gehen diese Abschläge oder diese Fräsungen parallel weiter, aber die Schnitte verlaufen nach außen, während hier die Schnitte linear funktionieren. Das ist zum Beispiel auch eine sehr gute Serie, unsere V7-41234. Die funktioniert eigentlich relativ häufig und bei allen Bedingungen. Sie sind abgesetzt von fein auf grob, um dann zu gewährleisten, dass man auch von Nässe bis zur Kälte hin alles abdecken kann. Eine weitere Strukturart wäre jetzt diese Walze. Wir haben es in der Schweiz immer die Rossi-Walze, weil es wie ein Rossignol-Ski geschnitten ist, genannt. Da hat man in der Mitte eine Linearstruktur und rechte Seite wäre dann die Schraube rechts und die linke Seite eine Schraube links, sodass die Schnitte auch wieder nach außen verlaufen, nur inne parallel, um die Feuchtigkeit abzuführen. Dann haben wir die V80-Serie, also V801, V802 und so weiter, ebenso abgesetzt von kalt nach warm. Und hier haben wir quasi eine Duplex-Schraube, die einerseits von links läuft, die anderer Seite von der anderen Seite aber gleichzeitig gerichtet ist und somit eigentlich Schnitte ergibt, die dann der Lukas hier im Video mit einblendet. Und das sind zum Beispiel auch hervorragende Schrauben für widrige Bedingungen, für stumpfe Bedingungen, um, ich sag jetzt mal Neuschnee, fallender Neuschnee oder extreme Kälte zu bearbeiten. Als letztes haben wir jetzt noch die LX-Serie. Hier seht ihr, da sind die Überfräsungen in beide Seiten gemacht, da geben dann quasi so ein Karo auf der Struktur. Also gewährleistet eigentlich verschiedene Aufbauten von kurzen Schnitten, was jetzt eher in die Bereich für trockenen Schnee läuft. Da kommen wir gerade in den Bereich, was ich jetzt gerne noch erklären will, welche Parameter wirken sich eigentlich aus, auf welche Schneebedingungen. Jetzt möchte ich noch mal kurz auf die Parameter eingehen, weil anders wie beim Wachs ist es, wie gesagt, ich hatte ja schon mal gesagt, die verschiedenen Schneebedingungen sind ja nicht so einfach zu kategorisieren wie in kalt, universell und warm, sondern eigentlich gibt es ja ganz viele verschiedene Schneebedingungen und um die abzudecken, kann man eben nicht sagen, das funktioniert bei Kälte, das funktioniert bei Wärme, sondern man kann zwar gewisse Empfehlungen geben, was wir ja auch tun in unserer Wachsfibel, aber letztendlich muss man den Schnee charakterisieren, muss sagen, okay, ich habe die und die Schneebedingungen und für die brauche ich da kurze Schnitte, brauche ich da stumpfe Winkel, brauche ich da Linearschnitte oder eher die Schrauben, die Schrägschnitte. Und so baue ich mir eigentlich erst mal im Kopf zusammen, welche Bedingungen habe ich und was brauche ich und welche Wachse, welche Walze realisiert das dann auch. Eben speziell für fallenden Neuschnee ist ja, glaube ich, für viele Leute, die Ski selbst präparieren, so der Fall, wo man ein bisschen Bedenken hat, das war bei uns im Weltcup auch immer so eine Geschichte, wenn draußen dunkel geworden ist und die Schneewolken am Himmel erschienen sind, haben die meisten dann schon das Zittern bekommen. Sei es wegen Wachs oder sei es wegen den Handstrukturen und dann gibt es eben eine Reihe von Sachen, wo man eben wissen muss, was passiert beim Neuschnee. Der feine, weiche Schnee legt sich auf, es ergibt eine Fläche, später, wenn sie viel befahren ist, wird es glasig. Also das heißt, ich befinde mich mit einer glatten Fläche auf einer glatten Fläche. Was muss ich schaffen? Ich muss Luft unter den Ski bringen. Hier dient es eigentlich nicht dafür, große Feuchtigkeit unter dem Ski abzuführen, sondern hier ist es ein Punkt, um Luft unter den Ski zu bringen. Das erreiche ich mit Schrägschnitten und da hat sich eben unsere V803-Serie oder V80-Serie, sei es dann die 802, 803 oder 804, die haben sich da wirklich bewährt im fallenden Neuschnee-Bereich, wo man sagen muss, dadurch, dass die Schnittwinkel schräg angesetzt sind und dann auch noch jeweils in der Richtung ändern, ihr seht es dann nochmal auf dem Strukturbild, was euch der Luca einblendet und dass da wirklich ein Abriss generiert wird, die Adhesion zwischen Ski-Belag und Schnee vermindert wird und somit eigentlich gute Fahreigenschaften generiert werden können. Ihr habt gesehen, wir von SRB bieten das an. Wir haben über 15 Jahre Erfahrung, in dem ich seit 17 Jahren war ich Skitechniker in der Schweiz, jetzt habt ihr dieses Modell verwendet, wir haben hier das HSG II zum Beispiel, was wir halt oder was im Profibereich auch nur angewendet wird, weil man eben hier die Möglichkeiten hat, zweimal oder zwei verschiedene Handstrukturen mit einer Struktur zu bearbeiten oder zu erarbeiten und das möchte ich euch auch nochmal kurz demonstrieren. Einerseits hat man hier den angetriebenen, die angetriebene Version, das ist gegenläufig, dadurch wird der Schnitt, der eigentlich abgelegt wird, wird verlängert und ist gegenläufig, das heißt umgedreht. Somit verlängert sich der Schnitt und er wird auch tiefer eingearbeitet. Ihr könnt euch vorstellen, als wenn man bei der Landwirtschaft einen Acker bearbeitet und von hinten so aufgemulcht wird und dass man dann tiefer in den Boden kommt. Das günstigere und Einsteigermodell ist eigentlich hier nur zum Drücken, funktioniert auch einwandfrei. Man kann das im Prinzip genauso verwenden wie die anderen auch. Ich nehme jetzt mal eine andere und impliziert die Walze, setzt auf und drückt sie einfach rein. Gleichzeitig kann man auch hier die Führungsgelze rausnehmen und impliziert jetzt nur die Schrauben zum Beispiel, um eine Kreuzstruktur zu produzieren und kann hier schön, geht ein bisschen schwer, und kann jetzt hier schön mit einmal eine Kreuzstruktur auf den Schieb bringen. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit dem größeren Modell, hat wie gesagt eben noch den Zusatz, dass man den mit Antrieb tiefer kommt und den angegebenen Schnitt, ich sage jetzt mal hier, diesen Schnitt auch noch mal fast verdoppeln kann, weil die Zahnräder eben fast die doppelte Zahnlänge haben. Ganz viele verschiedene Handstrukturen, um diese Parameter eben abzubilden, die ich eben erklärt habe. Und ihr könnt es euch gerne anschauen auf unserer Seite www.ski-roller.de. Da sind die einzelnen Walzen noch mal mit ihren Schnittbildern und den Parametern abgebildet. Und wir bieten das Ganze als Set an. Wie gesagt, das kleine Einsteigermodell, was wir hier haben jetzt, das bieten wir ebenfalls als Set an oder als Einzelteil. Und die ganzen Handstrukturen gibt es in verschiedenen großen Sets, die ihr bei uns erwerben könnt. Vielleicht noch kurz als Ergänzung, wer sich schon damit beschäftigt hat, wer SWIX-Strukturen hat, das ist alles kompatibel. Unsere Handstrukturen passen in die SWIX-Geräte und die SWIX-Strukturen passen auch bei uns rein. Also, wenn ihr gerne noch Fragen habt, meldet euch, schreibt in die Kommentare und wir schauen, dass wir es beantworten können. Und vielleicht gebt ihr uns einen kleinen Input, was wir vielleicht beim nächsten Mal euch noch erklären können.